Hallo von Gran Canaria. Mir fällt gerade auf, da ich diesen Spaziergang hier zum See mache, das ich ja schon einige Male hier berichtet habe. Und zwar auch bezüglich der Maßnahmen wegen des grippalen Infekts, mit dem wir uns noch alle Maß regeln lassen. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern heute am 28.12.2021 werde ich zum letzten Mal an diesem See angeln. Vor ziemlich genau 11 Jahren bin ich hier auf die Insel gekommen und gezielt auch an diesen See gezogen. Als Hobbyangler das erste Mal auf Schwarzbarsch. Das war ein Erlebnis. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich mein Hobby dank euch zum Beruf zur Berufung machen könnte. Dafür möchte ich euch noch mal herzlich danken. Ich war schon ewig nicht mehr hier unten auf Schwarz-Weiß-Schaum angeln, weil die meisten meiner guiding Gäste wissen ja, ich bevorzuge inzwischen das Meer, von dem ich vor elf Jahren eigentlich gar keine Ahnung hatte. Ziemlich aktiv heute mal hier. Ich bin gespannt. Bleibt dabei, auch weiterhin. Denn natürlich geht es 2022 weiter. Vielleicht mit einer Überraschung für den einen oder anderen und wahrscheinlich auch für mich selber. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Und mit diesem Rundblick hier um den wunderschönen Presa de Tirachana verabschiede ich mich, wünsche euch einen guten Rutsch. Nicht zu tief, bitte. Oder auf Spanisch. Feliz Año Nuevo. Bis zum nächsten Mal.